ihr steht heute in einer küchenrolle wie cool ist das denn da hätte ich auch mal vorher drauf kommen können also ich weiß auch gar nicht warum ich jetzt neue kamera halterung bestellt habe auch ich gar nicht mehr ist doch wunderbar so erst mal ein ganz liebes hallo in die runde na meine lieben geht es euch gut ich hoffe doch also mir geht es sehr gut zweimal noch schlafen dann geht es in den urlaub und wenn ihr das video seht dann liege ich wenn alles nach plan verläuft das muss man ja im moment leider dazu sagen am strand aber es wird schon alles gut gehen ich lasse mich nicht verrückt machen es wird alles gut gehen ich sage immer ich bin ein glückskind was soll ich mich jetzt vorher verrückt machen dass ich da irgendwie keine ahnung mein koffer dann nicht wieder sehe oder sonst was wenn es eh nicht passieren wird wird eh alles gut gehen dann habe ich mir die ganzen sorgen umsonst gemacht das mache ich nicht ich gehe da ganz positiv ran das klappt meistens immer ganz gut und wie ihr seht habe ich ja auch ordentlich noch was zu tun hier ich wollte eigentlich mit euch basteln das machen wir nachher auch irgendwie noch aber vorher müssen noch aufräumen also ich nicht wieder ich muss aufräumen es ist immer so ich weiß nicht wie ich das immer hinbekomme ich habe das gefühl dass ich jeden tag aufräumen muss das kann doch nicht sein wann ist es denn mal aufgeräumt hier fragt man sich doch das ist wie mit den kindern da ist das aufräumen auch so eine sache ob ich da nun aufräumen oder peng das ist wie schneeschippen während eines schneesturms so und hier ist das im bastelraum ja eventuell ein bisschen ähnlich ich weiß nicht wie ich das hinbekommen ich weiß es nicht ich kann es euch nicht sagen und jedes mal nehme ich mir vor wenn du eine sache beendet hast dann räumst du es erst mal weg aber dann kommt immer irgendwas dazwischen ich werde gerufen oder ja mir fällt irgendwas anderes ein und dann denke ich mir das ganze ja wirklich später machen also so wirklich später machen ja und auch später werden tage und es liegt alles rum und noch nicht mal jetzt führt ich mein hallo ich meine ich nehme ein video auf hätte ich mal wenigstens aufräumen können hier wie sieht das hier aus aber gut ich mache das jetzt gleich mal in ruhe kommen aber gleich noch kaffee besuchen das geht vor und dann räume ich irgendwann auf und dann ich muss mir angewöhnen da unten hin zu gucken ich gucke immer oben auf dem bildschirm das ist so verlockend wie findet ihr mein pulli ist der nicht cool passend zu meinem ohrring habt ihr meine ohrringe schon gesehen ich komme näher ran kann man die sehen seht ihr smiley ohrringe passend zu meinem oberteil und zu meinem armband ja ich weiß habe ich schon 5000 mal erzählt aber ich bin so stolz weil ich das ja selbst gemacht habe und andere interessiert das so gar nicht also muss ich das hier erzählen so ich weiß gar nicht wo ich anfangen soll also mit aufräumen meine ich jetzt ne naja ich gucke mal was der tag so bringt ich nehme euch wieder mit und ja vielleicht basteln wir doch noch mal irgendwie mit dieser neuen stand schablone von action oder irgendwas fällt mir schon ein irgendwas kreatives wenn wir auf jeden fall gemeinsam machen ansonsten erzähle ich irgendwas irgendwas wird schon kommen so sieht es gerade auf meinem schreibtisch aus da steht übrigens die küchenrolle da ich wollte nur nicht jetzt unbedingt aufs nachbarhaus film aber es ist eine coole konstruktion sag ich euch ja alles mögliche habe ich hier liegen ach das wollte ich auch mal ausprobieren das habe ich eben in der schublade wieder gefunden das kann man doch bestimmt für den urlaub super gebrauchen so ein ventilator fürs handy richtig cool ich probiere das gleich mal aus und das hier ist übrigens die beste handcreme die hier die kann ich euch sehr empfehlen und die diesen kleber auch habe ich den jetzt gezeigt im letzten video ich weiß das gar nicht diesen puzzle kleber den habe ich bei scrap on bestellt der ist gar nicht verkehrt und er ist super günstig diesen anderen den ich verwende den habe ich bei kreativ bunt gekauft und der ist ja relativ teuer ja und das muss ich auch mal sauber machen ja ich muss hier grundsätzlich aufräumen es liegt hier alles rum alles liegt hier rum tja nützt ja nichts mehr einer muss es ja machen und das bin ja wieder ich das sind diese teile übrigens von action also diese aufbewahrungsteile die finde ich ganz praktisch für klein gedöns und den habe ich gestern geliefert bekommen der ist von amazon den fand ich ganz schön guckt mal mit so einer schrift habe ich das blendet gerade ein bisschen naja gut ich werde das jetzt mal in angriff nehmen hier menu um mir das aufräumen aber ein bisschen schmackhafter zu machen mache ich mir noch einen leckeren maracujasaft dazu den trinke ich super super gerne natürlich aus einem schönen glas mit eiswürfel und in diesem jumbo eiswürfel habe ich gefrorene himbeeren reingetan frische minze die habe ich von meiner freundin geschenkt bekommen ja das lasse ich mir jetzt schmecken ich weiß ja nicht wie ihr aufräumen aber ich mache das immer so ich mache mit es erstmal muckelig möglichst muckelig so erstmal hinsetzen in ruhe und dann erstmal überblick verschaffen so und dann muss ich natürlich mit den dingen die hier so rumliegen kontakt aufnehmen das heißt man guckt sich das auch erstmal alles in ruhe an ich habe hier zum beispiel aufkleber liegen bevor ich die jetzt wegräume muss ich die natürlich mir noch ganz genau angucken ist ja wohl mal klar ich muss ja wissen was da drin ist ja und so kommt ein zum anderen fragt in zwei stunden noch mal nach wie weit ich bin am liebsten würde ich jetzt so machen das habe ich schon mal in irgendeinem video gesehen und dann ist es aufgeräumt das habe ich aber letztens schon ausprobiert hat nicht funktioniert ich mache immer wieder so und es sieht immer noch so aus da kann ich machen was ich will naja gut nützt ja alles nichts dann legen wir jetzt mal los los geht's ich bin so motiviert juhu so was haben wir denn da ach ja den stempel ne das kommt hier in die schublade rein aber ist eh alles voll so so bring it up bring it up bring me wrong go put up a fight mm mm the way I do way I do will knock you down you know there's emotion between us don't don't cry about it don't don't cry about it so noch den feinen schliff jetzt hier man muss das ganze ja auch nicht übertreiben ne das muss nur so liebsten gliede aufgeräumt sein wird eh gleich wieder unordentlich so das muss reichen deckel zu so jetzt guckt doch bitte mal und vor allem ich habe die neue kamera halterung angebracht ich gucke gleich mal ob die kamera auch da drauf passt das wäre natürlich ganz gut ne ja aber guckt euch das an die arbeitsfläche ist frei also fast den lappen packen wir beiseite wir sind da jetzt auch nicht so pingelig oder das reicht doch so sieht es jetzt hier aus und ich habe ich weiß nicht ob ich das schon erwähnt habe dass ich auch einen zweiten schreibtisch habe der sieht auch immer so chaotisch aus und hätte ich einen dritten und vierten ja ja ihr wisst schon ja da habe ich nämlich meine schneide maschinen einmal hier dieses schneide ding halt und einmal die andere da was liegt denn da jetzt noch rum wer hat denn hier nicht ordentlich aufgeräumt das kann ja wohl nicht angehen das gehört hier rein man 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 so also schneide geräte stand gerät ja und hier ist mein video platz hier befestige ich immer meine kamera und dann werke ich mit euch gemeinsam ja aber ich finde es aufgeräumt das reicht völlig und wenn ich ein video drehe nämlich das natürlich weg ist ja mal klar ne und hier liegen jetzt auch die ganzen sachen die wir nachher für unsere karte brauchen wir wollen doch mal so ich habe ja gesagt im video zwei drei karten habe ich wieder übertrieben naja ich bin froh wenn ich eine hinbekommen ich schaue mir das gleich mal in ruhe an jetzt erst mal ausruhen das war anstrengend die ella und ich haben gerade ein reel aufgenommen für instagram und da wollte ich euch auch mal zeigen wie toll sie manchmal ja manchmal hört nicht immer so wie sie lust hat ne aber heute klappt es ganz gut und zwar wenn ich hier was hinlege ihre lieblings lecker gallis nein bleib schaut mal dann nimmt sie die nicht das hat ganz wunderbar geklappt am besten mache ich so mit dem finger auch noch das ist so ein kleines zeichen und dann sage ich okay und dann nimmt sie die das ist so ein süßes video geworden wenn ihr bei instagram seid dann schaut da mal vorbei das ist echt süß und sie macht es super das müsste ich eigentlich mit der nale auch mal ausprobieren ich hole sie mal mal gucken ob das auch klappt nala wir sind jetzt auf sendung wir probieren jetzt was aus okay ich lege jetzt was hin und du nimmst es nicht sitz da habe ich noch welche hast du prima gemacht mein schatz ich bin stolz auf dich hat die hundeschule doch was gebracht naja ein bisschen wenigstens ne ja ihr seid halt prinzessinnen ne ja ganz prima super mein kleine fünf minuten später schaut es so auf meinem schreibtisch aus und ich habe noch nicht mal angefangen zu basteln ich wollte mir nur ein paar gedanken machen tja ich habe mir einen leckeren kaffee gekocht und zum kaffee gibt es bei mir immer irgendwas leckeres entweder schoki natürlich aus dem kühlschrank das ist ja mal ganz klar also für mich klar oder meine lieblings kekse die kann ich euch wirklich empfehlen ich habe extra die packung aus der küche mitgebracht damit ich sie euch zeigen kann das sind sie da gibt es verschiedene sorten von ich habe hier lemon schmeckt mir besonders gut obwohl schoko schmeckt auch richtig gut man muss aber dazu wissen die sind so ganz weich ich breche die mal durch die schmecken als wären sie noch nicht durchgebacken das muss man mögen ich mag auch gerne sapschigen kuchen essen also von daher sind diese kekse für mich ein träumchen so und jetzt wie gesagt wollte ich mir ein paar gedanken machen ich habe schon ein bisschen was ausgestanzt habe das papier von action verwendet denn ich sage euch eins was ich auch sehr gerne mag das mag man gar nicht glauben ist eine schlichte karte sprich wenn man zum beispiel alles in weiß also das ist ja kein weiß es ist ja kein strahlend weiß das ist ja so ein crementon oder was sagt man dazu naja auf jeden fall kein strahlendes weiß und wenn man das alles in einem ton lässt das sieht auch schön aus also glaube ich jedenfalls ich werde das gleich mal so aufeinander legen und dann schauen wir einfach mal so meine lieben zwischenzeitlich habe ich zwei karten auf leger fertig gebastelt mit dem stanzform set von action das hat so viel spaß gemacht das ist mittlerweile auch dunkel draußen ich habe schon die jalousien runter gemacht und ich bin auch schon ein bisschen müde muss ich dazu sagen ich würde einfach mal vorschlagen dadurch dass das licht jetzt auch nicht mehr so super ist dass ich euch das morgen ganz in ruhe bei tageslicht zeige und dann natürlich auch ein bisschen was dazu erzähle was ich so verwendet habe und so so machen wir das es ist jetzt der nächste tag ich bin ausgeschlafen und jetzt zeige ich euch ganz in ruhe die karten auf leger die ich gebastelt habe und zwar habe ich ja dieses stand set stand schablon set vielleicht bin ich doch noch nicht so ausgeschlafen ich weiß nicht wir versuchen es einfach mal wenn ihr sehen könntet wie das hier aussieht naja egal ihr seht es ja gott sei dank nicht ich habe möglichst viel davon verwendet werdet ihr sehen einmal diese hier ich finde die so schön und wisst ihr was und das ist jetzt mal ausnahmsweise nicht übertrieben ich könnte gar nicht oder ich würde am liebsten noch so viele weitere karten damit basteln weil mir noch so viel einfällt aber dazu kann ich ja gleich noch mal was sagen so das ist das erste exemplar jetzt erzähle ich euch natürlich auch noch mal ein bisschen was ich so verwendet habe das weiße papier ist aus diesem block hier von action dann habe ich ja weiteres action papier verwendet und zwar dieses hier das kann man jetzt kaum erkennen das hat so eine schrift drauf auf diesem banner hier und hier im hintergrund habe ich das gleiche papier verwendet das waren noch reste und da habe ich papier aus diesem block genommen und zwar ich habe gerade nämlich noch eins angeschnitten ich finde den so schön den block ich weiß nicht ob man das erkennen kann sieht jetzt gar nicht so aus als würde dann eine schrift drauf sein aber doch jetzt sieht man das da habe ich nämlich eine ecke rausgeschnitten ich zeige euch gleich mal warum das habe ich dann hier drunter gelegt dann hebt sich das noch mal so schön ab und ich finde die farbe so traum schön so ganz ruhig jetzt muss ich mich konzentrieren nicht dass ich irgendwas vergesse euch zu erzählen naja liege ich am strand und dann fällt mir ein auch mensch da freutest du doch noch sagen welche novo drops du da benutzt hast oder wie auch immer ich kenne mich das ist ein bisschen übertrieben jetzt doch passt auf ich habe folgenden stempel auf verwendet und zwar wo ist er es liegt hier alles rum ne es ist ein bisschen chaotisch aber es ist ja wir haben ja zeit wollte ich sagen so ich habe für den hintergrund diesen stempel hier verwendet von studio light ich halte ihn einfach mal in die kamera so sieht er aus der ist relativ groß ich kann ihn ja auch mal ausmessen so ungefähr 13 cm mal 12 würde ich sagen so und vielleicht gibt es da ja auch eine artikelnummer halte ich auch mal in die kamera da so also den hintergrund stempel habe ich mit folgender farbe aufgestempelt mit dieser hier die habe ich bei kreativ depot gekauft ich darf jetzt nichts vergessen und dann habe ich noch genau die nuvo drops die habe ich jetzt vergessen die muss ich mal holen die habe ich noch auf dem anderen schreibtisch stehen moment da da habe ich diese stone drops verwendet diese hier er will nicht ne wenig scharf stellen kann ich noch so viel da oben tippen egal heißen stone drops chalk white ja die habe ich hier verwendet und dann ja genau dann habe ich noch ein bisschen velum drauf geklebt man kann das glaube ich hier ganz gut erkennen ich habe nur die mitte mit flüssig kleber benetzt und ich finde das nämlich ganz schön darunter habe ich das aufgeklebt seht ihr das also ich habe quasi wo ist noch mal die stand schablone kann man jetzt nicht so gut sehen doch kann man wir versuchen das mal ich habe hier diese zweite stanze genommen und da drüber habe ich denn ich nenne das jetzt mal blume oder ihr wisst ja was ich meine genommen das mit weißem papier ausgestanzt und dann hier drauf geklebt und dann habe ich das noch mal also dieses blümchen mit velum auf gesteckt quatsch ich bin so aufgeregt ich weiß nicht woran das liegt da habe ich dann velum verwendet und da dann nur die mitte aufgeklebt damit das hier so ein bisschen absteht das finde ich ganz hübsch ja und ansonsten habe ich was vergessen ach ja ich wollte noch was drauf kleben deshalb habe ich nämlich eben dieses kleine mini stück von dem papier abgeschnitten es ist mir nämlich gerade noch eingefallen wo ist es denn jetzt naja und zwar habe ich das aus diesem stand schablon set genommen auch von action ich weiß auch nicht das ist so ne man kramt so in seinen sachen und eigentlich habe ich was ganz anderes gesucht und dann ist mir das eingefallen dass auf dieser karte noch irgendwas fehlt ja und da habe ich wie gesagt dieses hier verwendet habe ich auch wieder das papier verwendet was ich eben gezeigt habe und das werde ich noch hier oben in die ecke kleben weil das macht es noch mal finde ich so rund der rund macht es nicht aber ihr wisst ja wie ich meine also das macht es noch mal so komplett wie findet ihr das ich finde das schöner wir kleben das auf wo ist der flüssig kleber auch nicht mit dabei man das nenne ich mal keine vorbereitung das geht so nicht jetzt hoffe ich dass da was rauskommt weil wie gesagt er ist immer gerne mal verstopft das kleben jetzt drauf ja wir haben hier nämlich noch ein bisschen was liegen ich möchte euch nämlich auch noch meine einkäufe zeigen das sind zwar kleine einkäufe aber das würde ich ja auch ganz gerne noch mit ins video packen bevor ich denn in den urlaub starte so schaut mal das finde ich toll also gefällt mir wirklich gut und wie gesagt ne man kann sich da wirklich austoben also tausend ideen das brauchen wir auch nicht mehr das packe ich mal beiseite und ja dann habe ich halt auch diesen dieses wort ausgestanzt ja habe ich jetzt einfach mal gemacht weil zeit dabei ist und ich wollte halt möglichst viel verwenden ich finde es jetzt so ganz hübsch ne ob ich sonst eine karte mit enjoy jetzt zu verschenken würde ja sonst normalerweise nicht aber so finde ich das schön das ist die erste variante jetzt kommt variante 2 das habe ich noch gar nicht aufgeklebt das soll hier so in die mitte rauf geklebt werden der kartenaufleger schaut so aus ich finde es auch so schön und wisst ihr was das ist so schnell und einfach gemacht so da habe ich natürlich wieder das papier aus diesen block hier wieder verwendet dann habe ich ja diese stanze moment diese stanze verwendet ach ja den stempel könnte ich euch auch mal zeigen der ist von kreativ depot dieser hier dann nennt sich das set geschwungene größe klassisch finde ich passt super schön schlicht aber trotzdem hat es irgendwie was und dann habe ich halt diese blümchen ausgestanzt dann habe ich aber vorher noch doppelseitiges klebeband auf das papier gegeben weil das ja so filigran ist ich wollte nämlich nicht dass jetzt alles einzeln beziehungsweise so alles mit flüssig kleber benetzen da wäre ich ja weiß ich nicht morgen noch nicht fertig gewesen da gebe ich dann ganz gerne doppelseitiges klebeband drauf ja war trotzdem friemelig sage ich ganz ehrlich aber das kleben wir jetzt mal eben drauf aber ich finde es sieht echt schön aus und dann habe ich das drauf geklebt und die ränder habe ich dann abgeschnitten und das ist wirklich flott gemacht das ding ist ja die karten an sich wenn ich die jetzt noch mal machen würde die dauern ja nicht lange nur die idee dahin zu kommen das dauert halt dieses rumkram dann gucke ich mir das stempel set noch mal an nee das passt nicht so gut dann gucke ich mir das papier noch mal an das dauert ja immer so lange und deshalb habe ich euch auch gestern nicht mehr mitgenommen weil bei bei so einer idee entstehung quasi ja was will man da zeigen da lasse ich die kamera laufen und dann würde ich wahrscheinlich die ganze zeit dumm da da stehen nicht da sitzen und mir die sachen angucken ist jetzt nicht so wirklich interessant das ist ein bisschen schwierig zu filmen also man muss sich schon mal vorher gedanken machen also ich jedenfalls ich kann das nicht so spontan so das sieht doch total schön sommerlich aus guckt mal bitte und die weißen punkte habe ich drauf gemalt dafür habe ich diesen jelly roll verwendet in der stärke 10 von sakura ich finde das klasse und wie gesagt ist ganz flott gemacht und ist ja jetzt nur eine inspiration da kann man natürlich auch andere stempel verwenden nur ich hatte jetzt von action keinen spruch stempel der passt doch aber auch echt super so das ist die zweite variante habe ich irgendwas vergessen ne lege ich mal so ins bild auch finde ich echt schön ist mal was ganz anderes ist jetzt nicht so typisch für mich weil ich ja ganz gerne bunt basteln aber zwischendurch finde ich darf das auch gerne mal klasse sein jetzt habe ich mir aber eben spontan nochmal gedanken gemacht für eine dritte variante und zwar habe ich mir das hier einmal ausgestanzt und dieses hier das habe ich auch schon bestempelt das ist wieder ein stempel von kreativ depot das soll hier so oben drauf und zwar heißt das stempel set das ist dieses hier dü 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 design linie carola sprüche ja carola sprüche carola sprüche dann muss die stimme dann runter gehen finde ich total cool echte abenteuer passieren offline ja ab morgen auf jeden fall und dann moment ich habe hier so viele sachen liegen habe ich mir das hier alles schon vorbereitet aber das machen wir jetzt mal zusammen das ist wie so ein baukasten jetzt dann nehme ich mir erst mal so ein bisschen foam tape ich muss das doch noch mal beiseite packen ich sehe das sonst hier schon alles zusammen kleben das legen wir nachher so dekorativ hier hin so und zwar gebe ich mir hier diesen aufleger mit foam tape drauf das habe ich übrigens bei den anderen auch gemacht habe ich noch gar nicht dazu gesagt und dann brauche ich eine schere da nehme ich immer so eine beschichtete schere sonst versaut man sich ja seine ganzen scheren mit diesem foam tape das klebt ja wie hulle gucke ich mal ob ich das wieder einigermaßen hinbekommen das bringt so viel spaß ich hätte wie gesagt noch weitere machen können und das alles nur mit einem stand schablon set und das finde ich echt klasse denn ich sage immer basteln muss ja nicht teuer sein kann teuer sein und ist auch teuer müssen wir uns nichts vormachen aber ist schon teuer genug ne und da finde ich diese stand schablon sets von action super da kann man echt so viel mit machen und ihr seht ja selbst wenn man irgendwie so kleinigkeiten aus anderen sets nimmt zum beispiel jetzt hier dieses hier oder ihr werdet gleich noch andere sachen sehen wenn man das da hat dann kann man darauf zurückgreifen das ist halt das schöne was ist denn jetzt passiert ja wir bastler brauchen ja auch die auswahl das bringt ja auch total spaß wenn man ja in seinen ganzen sachen rumwühlt und das passende sucht und wenn man da eine gewisse auswahl hat das ist schon schön jetzt versuche ich das mal mit sich aufzukleben klappt eh wieder nicht nein wir wollen positiv denken klappt natürlich klappt selbstverständlich man muss auch mutig sein hat nicht geklappt aber ist ja nicht schlimm so und nee es hat überhaupt nicht geklappt egal schön andrücken das machen wir mit der deko wieder wett da lenken wir ein bisschen von ab und zwar habe ich mir das blümchen jetzt in schwarz ausgestanzt aber nicht auf doppelseitigem klebeband da gebe ich mir ein bisschen flüssig kleber auf aber nur in die mitte so das darf gerne wieder so ein bisschen abstehen das mache ich jetzt so ein bisschen nach gefühl ich glaube ein bisschen weiter nach links weil ich noch was anderes drauf kleben möchte mache ich das jetzt hier hin das überlege ich gerade hätte ich mir vorher erst mal hinlegen sollen ne ach man muss mal mutig sein ich klebe es einfach jetzt drauf keine zeit vergeuden so und dann seht ihr schon habe ich mir hier noch so kleine teile ausgestanzt das ist auch alles von action und zwar ist dieses hier aus diesem set und es ist meine stimme weg wo ist meine stimme denn jetzt hin die schon im urlaub das seepferdchen und die muschel sind aus diesem set und das meine ich halt man braucht das alles damit man wieder drauf zurückgreifen kann und das wollte ich mir hier so rauf kleben irgendwie ach ich klebe einfach ich überlege jetzt gar nicht viel überlegen das liegt mir eh nicht so gut ich versuche das mal mit flüssig kleber man kann natürlich auch so einen stift nehmen ich habe auch so einen stift der ist auch cool da kann man auch ganz filigran mit kleben quickie glue aber der hier der trocknet transparent dann ist es egal wenn ich so ein bisschen pitcher muss ich mich ein bisschen konzentrieren ich könnte ja immer wenn ich mich konzentriere was singen aber das wollt ihr nicht dann habe ich gleich tausend abonnenten weniger und das ist kein witz denn wenn ich was überhaupt nicht kann ist das singen das klebe ich jetzt einfach mal so rauf gar nicht überlegen einfach mal rauf einfach mal machen das ist ja eh mein motto so das reicht wahrscheinlich gar nicht an kleber egal der wille zählt so gefällt mir gut das ist dann nicht mehr ganz so hart finde ich mit dem schwarzen das gefällt mir gut und das seepferdchen darf hier so hin mal gucken ob wir die muschel auch noch unterbringen ich weiß auch gar nicht wie lange das video jetzt diesmal ist aber ist letztendlich auch wurscht auch spuck feuchte aussprache heute so wie findet ihr das ist doch cool oder ich mag das gerne einfach so mal ein bisschen austoben und die sachen verwenden die man hat das finde ich cool das ist ein bisschen viel ne ich weiß dass ihr jetzt sagt lasst das so macht mir das mit der muschel nicht aber irgendwie ich weiß nicht wäre es auch cool wenn ich die noch drauf klebe soll ich es lassen ich frage meine jungs nachher ich weiß es nicht manchmal kann ich mich bei ganz bestimmten Sachen nicht entscheiden da habe ich dann irgendwie so ein Brett vorm Kopf so sieht das jetzt aus und das finde ich total schön man könnte natürlich jetzt auch noch mit einem Feinliner einmal so drum gehen das ist jetzt auch so eine Sache könnte ich jetzt nicht entscheiden soll ich das machen soll ich das nicht machen aber wenn ich das machen würde dann würde ich tatsächlich die muschel noch drauf kleben jetzt komm mal her aber dann ist es nicht so viel schwarz wisst ihr wie ich meine sieht doch irgendwie auch süß aus wenn ich die muschel noch dazu klebe so irgendwie im moment so guckt mal ich weiß nicht was ist mit dem schwarzen rand soll ich das jetzt machen ja und das meine ich halt da überlege ich jetzt eigentlich stundenlang mache ich aber jetzt nicht also ich lasse es einfach mal jetzt so ich nehme die muschel wieder weg und entscheide mich später das ist die variante 3 so und dann habe ich auch überlegt könnte man sich diese blümchen auch ausstanzen und mit distress oxide farbe sich austoben da gibt es ja so viele möglichkeiten dieses stand schablon set bringt auf jeden fall richtig viel spaß und das gibt es auch aktuell ich lege die jetzt da hin guckt euch das mal an wie schön die sind ich muss noch karten rohlinge dazu natürlich basteln das mache ich aber nicht heute das mache ich dann nach dem urlaub so das sind meine drei varianten muss ich nochmal kurz überlegen steinchen könnten da noch drauf finde ich wollen wir da noch steinchen drauf kleben und zwar solche hier ich halte die mal eben in die kamera so sehen die aus die habe ich bei kreativ bunt bestellt das weiß ich oft weiß ich ja immer nicht mehr wo ich die sachen bestellt habe ja bei so viel bastelkram kann man sich das nicht alles merken aber da weiß ich das definitiv und da dachte ich mir können hier nochmal gut steinchen drauf einmal hier zack dann noch so ein ganz kleines vielleicht klebt das hier so am finger meine finger kleben wieder so doll so was sagt ihr ist doch besser lockert die ganze sache nochmal ein bisschen weiter auf vielleicht noch eins hier hin nee das reicht nein ich höre schon es reicht ich soll das nicht machen dann mache ich das auch nicht manchmal übertreibe ich auch ganz gerne ein bisschen aber das ist ja auch mein markenzeichen quasi das sind wie gesagt die drei varianten wie oft will ich es noch sagen das sage ich auch nur um zeit zu schinden weil ich noch kurz überlege ob ich was vergessen habe zu erzählen ja das papier das gestreifte ist auch von action das habe ich aus diesem block genommen der ist schon älter und gehört zu meinen lieblingen ich kann euch auch noch mal das velum papier zeigen wo ich das gekauft habe wahrscheinlich von weil der preis drauf ist ähm sagt mal schnell bei stampcorner wahrscheinlich aber das kann man auf jeden fall googeln das gibt es wahrscheinlich auch woanders das ist richtig gut so und jetzt habe ich euch eigentlich alles erzählt so aber da ich ja immer noch kein ende finden möchte zeige ich euch noch meine einkäufe oder ich überlege gerade wirklich ob da noch irgendwas ist nee das war es jetzt ich packe das jetzt weg und dann zeige ich euch meine kleinen mini einkäufe es ist jetzt nicht viel oder so aber bevor ich das verräume zeige ich euch das nochmal ich fange mal mit meinem einkauf bei kreativdepot an da habe ich mir ein paar shaker elemente gekauft die finde ich so toll guckt mal ich habe davon auch schon eine menge naja ein paar einmal diese hier das blendet so das sieht man jetzt eh nicht gut da sind flamingos drin und ja so ganz tolle sachen wie nennt sich das dann pink flamingo mambo nennen die sich einmal diese hier dann die hier die funkeln auch so schön heißen green seas auch so für unterwasserkarten finde ich die farben richtig klasse und einmal diese hier da sind solche kleinen törtchen oder so drin schaut mal super schöne farben und das nennt sich birthday cupcakes ja da sind cupcakes drin so das sind diese hier und wie gesagt ich habe davon schon ein paar die sind ja von picket fans und ich zeige euch das mal eben die bewahre ich in so einer kühlschrankbox auf so sieht die aus die ist von action und dann habe ich die hier ganz gut sortiert dann kann ich mir die hier anschauen und mir so dementsprechend rausholen ich habe ja hier links neben mir ein kallax regal von ikea und da habe ich mir ein weinregal ein weinregal einsatz dafür besorgt und da habe ich die drin diese schubladen das ist super praktisch so habe ich alles im überblick das sind diese hier die kommen da auch gleich rein dann habe ich mir diese stand schablone mitgenommen die finde ich auch super schön nennt sich ach da steht glaube ich immer kein name drauf ich weiß nicht ob das die nummer da oben ist aber seht ihr auf jeden fall im shop diese hier und dann durften noch stempel mit also dabei irgendwie weiß ich nicht was im moment ist das problem ist einfach dass ich so viele sachen im kopf habe die ich eigentlich erzählen möchte nur mein mund kommt gar nicht hinterher das ist das problem so jetzt atme ich nochmal durch und dann geht es weiter so also ich habe gedacht dass dieses stempel ein set ist es ja gar nicht dieser stempel viel viel größer ist ist nur ganz klein so schaut er aus und das ist ein ganz toller Hintergrundstempel und jetzt sage ich euch auch mal wie groß der ist 6,5 mal 9,5 cm also relativ klein ist jetzt nicht schlimm aber ja habe ich mir größer vorgestellt dann den habe ich mir aber nicht größer vorgestellt der ist richtig groß guckt mal sowas Maritimes finde ich auch super toll für den Hintergrund heißt Hintergrund nautisches Muster und ja da hat man auch so Segelboot und ja das da oben brauche ich jetzt nicht unbedingt mir ging das jetzt erstmal um diesen Hintergrundstempel finde ich richtig super und dann habe ich noch dieses Stempelset finde ich auch super süß guckt mal besonders schön finde ich dieses hier finde ich echt klasse und das heißt liebe Grüße aus Punkt 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 das war es von Kreativ Depot ich habe noch Papier bei Kreativ Depot bestellt das mit den Zitronen und so das habe ich aber jetzt nicht hier liegen das habe ich im Esszimmer liegen hole ich aber jetzt nicht also ich glaube das kennt ihr auch dann habe ich noch bei Kreativ Bunt Kleinigkeiten bestellt unter anderem mein Lieblingskleber der war mal wieder vorrätig da muss ich natürlich zuschlagen ist ja klar und da ja bald Schulanfang ist habe ich mir von Ecopark noch diesen Block mitgenommen der ist richtig schön farbenfroh können wir ja mal eben durchblättern Regenbögen was zum Ausschneiden das finde ich richtig toll das ist so ein bisschen Retromäßig das gefällt mir sehr gut ja ordentlich bunt ist der vielleicht mache ich noch ein paar Boxen oder so und dann kann man das damit ganz wundervoll bekleben dann einmal diesen Embossing Folder so sieht er aus ja ist jetzt nicht so spektakulär und jetzt schon mal ein Weihnachtstempel den fand ich so super süß guckt mal bitte von Wimsy Stamps guckt mal wie süß der ist den musste ich unbedingt schon mal mitnehmen ja ist so ein Rubber Stamp und ein paar Aufkleber die sind ganz klein guckt mal wie süß diese Farben sind auch mal was ganz anderes ich muss mal näher rankommen sonst wirken die nicht die muss man sich ganz genau angucken die sehen so ein bisschen aus wie Murmeln wenn man so kleine Akzente auf Karten setzen möchte kann ich mir das damit so richtig gut vorstellen das ist auch so hübsch aber ist ganz klein das Set ja einmal die dann ein Stencil von Ecopark diesen hier den habe ich vorher auch noch nicht gesehen ich weiß nicht ob der neu ist der nennt sich ah Good Vibes Stencil ist die Nummer Schablonen gehen immer und ich habe auch noch eine zweite Schablone das ist diese hier von Marianne Designs ne Design Marianne Design heißt das ich wollte nichts dazu dichten diese Blümchen da ist die Nummer und ach nur ein Stencil habe ich noch den wollte ich euch nicht unterschlagen mal was ganz anderes jetzt was ganz anderes für mich sowas habe ich noch gar nicht kann man aber immer auch mal gebrauchen ich muss noch was drunter legen Moment sonst kann man das nicht sehen guckt mal der ist auch richtig groß ich finde den so cool wenn man so eine wissenschaftliche Karte mal braucht ne für den Fall der Fälle 20x25 cm ja da ist ordentlich was drauf finde ich super dann habe ich noch Acetatfolie die kann man ja auch immer gut gebrauchen für Schüttelkarten unter anderem und das war's also von Kreativbund jetzt ich habe noch ein bisschen was von Systräne Gräne wollt ihr das auch noch sehen das ist jetzt auch jetzt nicht so mega spannend aber alles so Sachen die man braucht ne den muss ich gleich mal wegpacken das ist ein Radiergummi und der ist schon mal für den Adventskalender für Julien der steht ja auch total auf sowas den packe ich gleich schon mal beiseite ich sammle das ja alle schon habe ich euch glaube ich letztens schon erzählt ja bei drei Kindern die Adventskalender die wollen ja nachher auch befüllt werden und plötzlich ist der 1. Dezember ihr wisst ja wie es ist und deswegen sammle ich immer schon mal langsam dann habe ich Kreide mitgenommen denn ich habe irgendwo noch Kreide ich weiß nur nicht wo kennt ihr das auch man hat so viele Sachen teilweise weiß man immer gar nicht mehr wo die Sachen sind so auf jeden Fall brauchte ich Kreide weil ich doch habe ich euch im letzten Action Haul gezeigt diese kleinen Tafeln hier gekauft habe und da der Julien und ich ja so ja Erdbeeren und Tomaten da eingepflanzt haben müssen wir das auch beschriften damit wir auch wissen was die Tomaten sind und was die Erdbeeren sind nicht dass wir das mal verwechseln oder so nein es sieht einfach schöner aus finde ich und macht einfach Spaß und wir dekorieren ja super gerne und macht einfach mehr her wenn da so ein kleines Schildchen drin ist und mit Kreide rum schreiben bringt eh viel Spaß habe ich früher als Kind auch super gerne gemacht dann habe ich noch dieses süße Heft mitgenommen mit der Kirsche drauf das ist so ja gepunktet das finde ich so toll und das Papier das fühlt sich so schön glatt an und deshalb habe ich das auch mitgenommen A wegen der Kirsche und B weil das Papier so schön ist ich finde das macht echt was aus wenn das Papier eine gute Qualität hat und man gleitet quasi so mit seinem Stift da drüber das bringt dann richtig Spaß dann habe ich noch ein bisschen Kerzenwachs mitgenommen einmal in rosa in gold und in weiß da ist so ein Doch dran da oben ja um Siegel herzustellen finde ich wertet einen Briefumschlag ungemein auf mache ich viel zu selten muss ich mal wieder öfter machen ein paar Doilies die habe ich nämlich nur in was heißt hier nur also in weiß habe ich welche in mint und in rosa ja und in dieser Farbe habe ich sie noch nicht kann man bestimmt auch mal gebrauchen dann habe ich noch Papier mitgenommen und zwar einmal diesen Block hier super süß das war auch der letzte der da lag da habe ich gleich zugegriffen können wir auch gerne mal durchblättern da gefallen mir die Farben halt auch total gut und da ist so ein bisschen was foliertes auch drauf seht ihr das? das schimmert so schön ja das sind jetzt so Punkte das ist auch super süß da gefällt mir die Farbe auch richtig gut huch da habe ich was überschlagen jetzt ja das geht so das müssen wir uns nicht genauer angucken ich bin gemein dann Punkte aber ich fand die Tierchen halt super süß ich mag diesen Stil total gerne gefällt mir richtig gut und hier ist es auch so ein bisschen goldig seht ihr das? das schimmert so schön Punkte haben wir das nicht eben auch schon gehabt? nee das hatten wir noch nicht und einmal dieses hier auch mit ein paar Gold Akzenten sieht man gar nicht ne? ist auch wurscht so das ist dieser Block und dann habe ich noch den hier mitgenommen da sind so einfarbige Papiere drin aber so hübsche Farben aber relativ dünn aber wenn es jetzt gleich zum Motivpapier kommt ist es ein bisschen stabiler dieses hier das kann auch schön aussehen auf den ersten Blick habe ich auch erstmal gedacht hm weiß ich nicht aber ich glaube das kann auch schön aussehen das kommt immer ein bisschen drauf an was man draus macht das finde ich auch super süß da sind die Farben auch so schön Blümchenpapier gefällt mir auch richtig gut und einmal so kleine Blümchen ja den Stil von Sustrene Gräne mag ich ja eh super gerne muss nicht immer quietsche bunt sein wie ihr seht aber darf gerne auch mal quietsche bunt sein ich habe da noch Pinsel gekauft ach ja da ein paar Pinsel durften noch mit weil die echt gut sind und ich weiß jetzt gar nicht was die gekostet haben sind auf jeden Fall nicht teuer und gefallen mir richtig gut ach ich habe noch so ein Pulver gekauft bei sagt mal schnell bei Kreativ Depot dieses Lindys das ist mein erstes Lindys Pulver Magical Shaker ich habe solche ähm wie heißen die denn diese Nouveau Schimmer Powder habe ich genau das ist doch das gleiche in grün letztendlich oder ja in diesem Fall ist es nicht grün sondern Ice Rose da er will nicht er will nicht scharf stellen naja Ice Rose halt wollte ich mal ganz kurz ausprobieren ich habe hier schon Wasser habe ich jetzt fast vergessen ich bin gespannt wie das aussieht nur die richtige Seite jetzt öffnen ne ne da ist die große Öffnung und hier geben wir uns einfach mal ein bisschen was aufs Papier drauf viel hilft viel ja sonst sehen wir das ja nicht sonst sehen wir den Effekt nicht und jetzt Wasser Achtung mal gucken was passiert ich bin gespannt oah oah wie cool ist das denn es war viel zu viel Puder viel zu viel aber es ist ja mega guckt mal bitte oah wie schön ist das denn da habe ich viel zu viel genommen ne ich hole noch mal ein Papier das machen wir noch mal Moment das war zu viel das sieht jetzt komisch aus nee so das machen wir jetzt noch mal mit weniger das ist ja mega cool voll die Überschwemmung jetzt hier wo ist mein Lappen da das machen wir noch mal in schön so wo ist es da wieder die falsche Seite 50 50 und die falsche Seite so das reicht stopp und jetzt geht es wieder los das bringt ja so einen Spaß wie so ein Kind das ist richtig cool das ist jetzt zu wenig ne jetzt ist es zu wenig aber irgendwie poppt es da gar nicht richtig auf aber die Farben sind cool aber es sieht irgendwie komisch aus das ist viel cooler aber das sieht ja komisch aus ne also irgendwas mache ich doch falsch hm weil irgendwie löst sich das gar nicht richtig auf vielleicht gehe ich mit dem Finger einfach mal drauf mal so ein bisschen rummanschen mag ich eh gerne vielleicht muss das auch erstmal trocknen sieht ein bisschen komisch aus obwohl ich die Farben mega finde besonders hier aha ich weiß nicht lassen wir mal unkommentiert jetzt damit muss ich ein bisschen ausprobieren das macht sich nicht so auf die Schnelle hm naja gut war jetzt ein Versuch wert ne hm na gut so machen wir alles mal wieder trocken hab ich noch was ne jetzt bin ich glaube ich am Ende angekommen so reicht jetzt auch denn jetzt muss ich tatsächlich ein bisschen was schaffen meine Lieben es hat wieder richtig viel Spaß mit euch gemacht und ja ich freue mich dass ihr mit dabei wart freue mich selbstverständlich über liebe Kommentare und auch weitere Inspirationen gerne und falls ihr auch mal mit diesem Standschablon Set von Action was werkelt dann zeigt es mir doch gerne falls ihr auf Instagram seid zum Beispiel könnt ihr mich sehr gerne markieren und dann gucke ich mir eure Werke super gerne an würde ich mich mega drüber freuen und ansonsten verabschiede ich mich jetzt in den Urlaub freue mich auf unser Wiedersehen und sag bis dahin ganz liebe Grüße an euch meine Lieben tschüss eure Anni Wenn ich richtig anf peeve zu machen und mix zu so auf bumpy dreie أو . z sche Bis zum nächsten Mal.